Die Leistungsfähigkeit von Computern und Mikrochips hat über die letzten Jahrzehnte kontinuierlich zugenommen. Ich würde sagen, das Mohr'sche Gesetz ist eine der wenigsten, wenigen Zukunftsformeln, die über die letzten Jahre kontinuierlich Bestand gehabt hat. Es sagt aus, dass die Leistungsfähigkeit eines Computers sich in etwa alle eineinhalb Jahre verdoppelt, also immer schneller wird und gleichzeitig die Kosten runtergehen. Die Folgen davon sind, dass Mikrochips günstiger werden, sie werden besser und sie werden kleiner. Sie können eingebaut werden, nicht nur in Telefongeräte, sondern in immer mehr Alltagsgeräte, die wir heute mit uns herumtragen. Man schätzt, dass bereits mehrere Milliarden Geräte auf der Welt intelligent sind, also Mikrochips haben. Das können Kühlschrecke sein, das können Brieftaschen sein, es sind natürlich bereits heute Automobile. Und genau diese vernetzten Alltagsgegenstände bilden, das ist ein Prozess, der heute stattfindet, das sogenannte Internet der Dinge. Losgelöst von Computern kommunizieren diese smarten Alltagsgeräte miteinander, sammeln Informationen und machen unser Leben, das wäre die langfristige Vision, einfacher und besser. Autos wissen, wann ein Stau kommt, der Kühlschrank weiß, wann eine Flasche Bier bestellt werden muss und die Brieftasche im besten Fall bezahlt selbstständig, obschon wir das natürlich auch schon des Öfteren mit negativen Effekten gesehen haben. Das Risiko ist sicherlich, dass natürlich mit der digitalen Einbindung von Alltagsgegenständen auch Risiken entstehen. Beispielsweise können private Haushalte tatsächlich gehackt werden. Leute von außen können eingreifen und vielleicht die Spülmaschine kontrollieren, vielleicht den Kühlschrank, aber auch lebenswichtigere Dinge. Und da, glaube ich, gilt es zwischen Chancen und Risiken eine gute Balance zu finden und darüber nachzudenken, wie wir diese intelligenten Dinge wirklich nutzen können. Sicherlich ist es so, dass allein mit der Generierung von immer mehr Daten, von immer mehr Wissen, keine besseren Entscheidungsgrundlagen geschaffen werden. Wir wissen heute zwar immer mehr, wir haben immer mehr Datenpunkte, Wissenschaftler sprechen von sogenannten Big Data, unstrukturierten Datenmengen, die rund um die Welt jetzt geschaffen werden. Und da wäre es das Ziel, Algorithmen zu finden, also Computerprogramme, die diese interpretieren und uns nutzbare Informationen ableiten können. Das wird, glaube ich, noch einige Zeit dauern. Bis wir dahin sind, glaube ich, dürfen wir die Vorteile dieser smarten Geräte durchaus nutzen. Aber wir dürfen sie auch immer wieder mal abschalten und uns in der Natur den wirklich wichtigen Dingen des Lebens zu nennen. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020